Oftmals offene Lebensmittel oder gerade Verpackungen wieder abzudecken, ist ganz, ganz schwer. Da greifen viele gerne mal zu Alufolie. Aber Wissenschaftler und Ärzte raten da strikt ab. Alufolie ist das Falsche, weil da natürlich die Schadstoffe genauso rankommen. Es ist nicht luftdicht abgedeckt und es gibt viele Nachteile. Auch die Stoffe der Alufolie, die auch nicht die gesündesten sind, gehen in Lebensmittel über. Aber damit möchten wir uns jetzt nicht mehr aufhalten. Wir möchten Ihnen hier jetzt eine Neuheit zeigen. Nämlich unsere absolute Möglichkeit, ohne Alufolie sämtliche Gefäße ganz locker luftdicht zu verschließen, ohne den passenden Deckel haben zu müssen. Und das finde ich richtig genial, Kathi. Das stimmt. Es gibt natürlich auch Gefäße, bei denen hat man einfach keinen passenden Deckel. Aber Experten sagen, keine Alufolie. Erstmal natürlich nicht gut für die Umwelt und auch nicht gut für den Körper, weil in der Alufolie sind Substanzen, die gehen sofort in die Lebensmittel rein, gerade auch in Obst zum Beispiel oder auch in Milchspeisen. Die nehmen sofort diese Alufolien enthaltenen Substanzen an und das ist nicht gut und nicht gesund für den Körper. Und was macht man aber, wenn man zum Beispiel hier so eine Schüssel hat, ganz, ganz klassisch, in der hier zum Beispiel dann sich ein Obstsalat befindet oder vielleicht haben Sie auch so eine schöne Quarkspeise oder Pudding gemacht. Hier, mit so einer tollen Silikon-Frischhaltefolie. Damit können Sie es abdecken. Und der Vorteil ist, die passt jetzt hier sich perfekt an. Wir haben diese Silikon-Frischhaltefolien jetzt für Sie in drei Größen. Eine kleine Größe, 9,5 x 9,5 Zentimeter. Die mittlere Größe, 14 x 14 Zentimeter. Und die große Größe, 19 x 19 Zentimeter. Aber die sind so flexibel. Schauen Sie, Sie können die so ein bisschen ziehen in der Größe und können die dann auf Ihr Gefäß rüberziehen. Die haben diese spezielle Noppenstruktur. Das heißt, auf jeden Fall für Ihr Gefäß ist das Richtige dabei, selbst wenn es mal ein außergewöhnliches Gefäß ist. Schauen Sie, ich habe jetzt hier so einen Messbecher mal mitgebracht. Und da haben Sie vielleicht auch so ein schönes Dressing gemacht. Selbst der Ausguss wird hier mit abgedeckt. Das kann man ja sonst gar nicht. Hier kann man das machen. Und der Vorteil von so einer tollen Silikonfolie ist hier, dass Sie die immer wieder verwenden können. Die kann einfach in die Geschirrspülmaschine mit rein zum Reinigen. Und sie ist auch für Gefriertruhe und Mikrowelle geeignet. Also einfach in die Gefriertruhe oder in die Mikrowelle kein Problem, wenn Sie jetzt was einfrieren wollen. Das geht mit so einer Silikonfolie hervorragend. Also die clevere Alternative für Sie zu Hause, alles abzudecken. Ich denke da jetzt gerade auch an Hunde- und Katzenfutter. Das hat man auch so oft in Dosen. Um die wieder zuzumachen, ist eigentlich unmöglich. Und das kann man jetzt hier mit. Das Vierer-Set hat die Bestellnummer NX 8990 und die 569. Und hier sehen Sie es nochmal komplett. Alle vier Folien aus Silikon und das gerade mal für 6,60 Euro. Wenn Sie sagen, aber mit vier komme ich nicht aus. Das ist so toll, da möchte ich gleich ein Zwölfer-Set. Also drei von diesen Sets. Dann haben wir da nochmal einen Sparpreis für Sie gemacht. Ja, und da greifen Sie bitte gleich zu. Weil gerade was Ralf gesagt hat, so Dosen, Sie haben vielleicht auch die Hundefutter-Dosen immer. Und klar, die haben vorne immer diesen Aufmacher. Aber wenn man das einmal geöffnet hat, das riecht ja sonst auch im Kühlschrank. Deshalb hier für Sie die Möglichkeit, jetzt immer auch die großen Dosen schön abzudecken. Sie sehen, das passt da perfekt drauf. Und selbst wenn da jetzt, schauen Sie, Flüssigkeit drin ist, das macht der Dose gar nichts. Da läuft auch nichts raus. Das ist perfekt abgedichtet hier. Da kann Ihnen auch nichts in den Kühlschrank laufen. Also wirklich super genial mit diesen tollen Silikon-Frischhaltedosen. Und Sie sehen, Sie können das jetzt dann auch sogar mit einer Frischhaltedose im Kühlschrank stapeln. Also das ist die clevere Alternative zu jeglicher Folie oder Alufolie. Weil damit wirklich bekomme ich alle Gefäße zu. Ob Schüsseln, ob Tassen, ob Fingerhut oder eine Hundefutter-Dose, das ist ganz egal. Und Sie sind clever, Sie holen sich am besten gleich das Zwölfer-Set. Das bekommen Sie nämlich mit der Bestellnummer NX 8390 und der 569. Drei Größen, insgesamt zwölf Teile für 18,95 Euro. Nie mehr Alufolie verwenden, das sollte auch Ihr Motto sein. Und damit entgehen wir der Alufolie komplett. Wir wissen schon, die Herstellung von Alufolie ist umweltschädlich und mit Benutzung auch gesundheitsbedenklich zumindest. Also Sie sind clever, Sie holen sich diese Abdeckfolien.